Lox wachte wieder auf, als er ein scharfes Stechen in seiner Seite spürte. Stöhnend blickte er auf und sah einen alten Mann mit langem Bart, der ihm mit dem Ende eines verzierten Stabes in die Seite stieß. Man hat mir gesagt, dass du in einem schlechten Zustand bist, als du ankamst, sagte er mit schrumpeliger alter Stimme. Aber ich hätte nie erwartet, dass es dir so schlecht geht. Ich hatte erwartet, dass du es wenigstens bis zu meiner Hüte schaffst, bevor du zusammenbrichst. Du musst die Prüfungen wirklich übertrieben haben. Lox brauchte einen Moment, um zu begreifen, was der alte Mann sagte. Wer bist du? brachte er gerade noch heraus. Ich bin der große und mächtige Zauberer Thomas, sagte der alte Mann mit Elan und Übermut. Aber das ist jetzt egal. Lass mich dir aufhelfen. Dann können wir loslegen. Bevor Lox reagieren konnte, schoss Thomas eine leuchtende grüne Kugel aus seinem Stab. Eine Anzeige mit dem Titel Lox Kampfprotokoll erschien in der Mitte seines Blickfelds. Du wurdest von einer größeren Wiederherstellung getroffen. Alle Beschwerden und Schwächungen wurden entfernt und deine Gesundheit wurde wiederhergestellt. Lox schob das Kampfprotokoll schnell in den unteren rechten Bereich seines Blickfelds, wo er es nur sehen konnte, wenn er es wollte. Währenddessen spürte er eine Welle warmer, wohltuender Energie durch seinen Körper pulsieren und er seufzte. Das war ein mächtiger Zauber. Vielleicht ist dieser Kerl ja echt ein mächtiger Zauberer. Wow, danke, ich fühle mich schon viel besser. Lox richtete sich auf. Thomas winkte abweisend mit der Hand. Das ist nichts. Was ich gerne wissen würde, ist, was du getan hast, um bei den Prüfungen so starke Verletzungen zu bekommen. Er hob eine Augenbraue. Die meisten, die diese verfluchte Prüfung annehmen, haben nur leichte Beschwerden, wenn sie da wieder rauskommen. Ich kann mich nicht erinnern. Aus Lox Sicht hatte er erst vor wenigen Augenblicken den Tests zugestimmt. Ich weiß, ich weiß. Thomas winkte ausdrucksvoll mit der Hand. Die Prüfungen und der Ort, an dem sie stattfinden, sind geheim. Wenn du mich fragst, ist das ein großer Wirbel um nichts. Wahrscheinlich wirst du dich irgendwann dorthin verirren. Aber leider müssen die Menschen ihre Geheimnisse haben, nicht wahr? Er kicherte und sah Lox mit einem leicht verrückten Schimmer in den Augen an. Lox begann, Thomas den Strand hinaufzufolgen. Abgesehen von Thomas' kunstvollem Stab sah nichts an ihm wie ein Zauberer aus. Er trug eine Art Badehose. Seine faltige Haut war so braun gebrannt, dass sie schon fast wie Leder aussah, und sein weißes Haar und sein Bart waren ein wildes Durcheinander. Wo sind wir? fragte Lox, nachdem er seine Umgebung erfasst hatte. Als er ins Innere der Insel blickte, sah er hauptsächlich Dschungel. Als er über das Wasser blickte, sah er Dutzende von Inseln auf dem klaren blauen Wasser, einige nah und andere kaum sichtbar am Horizont. Wo? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, aber es ist mein persönliches Paradies. Weit weg von all den lästigen alten Narren, die nicht aufhören, mich zu nerven, antwortete Thomas und fuhr dann in einem spätischen Tonfall fort. Nein, Thomas, das kannst du nicht tun. Keine wahllosen Elemente darin kombinieren. Keine Experimente an unserem Gast. Nein, du kannst nicht mehr Geld für die Forschung haben. Nein, du kannst nicht in mein Labor kommen, weil du es beim letzten Mal aus Versehen zerstört hast. Als Thomas Tirade weiterging, wurden Locks Augen immer größer. Aber bevor er sich zurückziehen konnte, drehte sich Thomas um und sagte, Wenn ich raten möchte,